Warum bist du heute da? Ja, warum ich da bin? Weil ich gerne Trommel spiele, weil ich im Trommelcafé ganz viele liebe Leute kennengelernt habe. Ja, weil es einfach Spaß macht und Lebensfreude und ja, einfach super ist. Das Schönste am Trommelcafé sind die Trommeln. Ja, das kann ich unterstreichen jetzt von dir, aber ich finde auch schön, dass man sehr viele unterschiedliche Menschen immer wieder trifft und dass man zwischendurch tanzen kann. Das finde ich auch schön, ja. Und dass ich dich getroffen habe? Das finde ich auch sehr schön. Und dass Trommelreisen organisiert werden, finde ich auch super. Das finde ich auch super. Und ich habe die schamanische Reise auch super gefunden. Ja, das war schön. Ja, das war schön. Das war schön. Ja, das war schön. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018